Halli-hallo Das Geile ist wieder da So infamous Wenn man dieses Spiel ist teilweise wirklich schwer Diese Handschaltflächen, die muss ich finden So 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 Da war niemand Alter Fangen wir schon an wie Just Cause, wo einfach niemand da ist und dich erschießt Ich habe nämlich gerade nachgeguckt, da auf der Brücke war niemand Da muss man wirklich ganz genau hinsehen, dass sie überhaupt spawnen Die müssen genau in diesem kleinen Kreis da in der Mitte des Feldes sein, dass sie überhaupt spawnen Das Geilste ist, wenn man so rumlauft Da wird man gar nicht angegriffen, weil die sehen das ja nicht, dass wir so ein Typ sind Die betreten gerade ein Stargebiet Ja, ja, ich hau schon ab Alter, auf die Mütze wirkt Kann ich nicht mal so eine scheiß Minigun haben Ah, kacke, ich habe meine Bombe nicht mehr, wie so, weißt du Einmal kann man das kack-Dinge brauchen und dann kriegt man es nicht Oh, ich werde hier sterben oder was Wieso kann ich als Rauch Boah Ich liebe es, wenn Spiel auf ihre Programmierung pfeifen einfach nur Rauch, wenn ich kreisdrücke, ist das Ausweichen Das heißt, ich kann in der Ausweichzeit nicht angegriffen werden Wieso werde ich dann in der Ausweichzeit getötet? Weil erst nachdem ich tot war, bin ich überhaupt wieder gespawnt Das war einfach so Alter, wie ich es liebe, wenn Spiel auf ihre eigene Programmierung einfach drauf scheißen Scheiß drauf, ob ich eine Programmierung habe oder nicht Ich bin ein kack-Spiel, ich muss gar nicht So, und hier verpiste Ich weiß, ich sollte so viele Morde wie noch möglich Boah, die gehen mir auch schon gar nicht füllt auf mich, ich weiß So, jetzt ist Ruhe im Kasten Ich werde das wieder nicht packen, hier sind schon wieder viel zu viele Leute Steh mal auf Ich habe nur Angst mit dem Minigand da oben Was zum... Oh, hier ist... da, die hat auf mich geschossen oder was ist da los? Ein Glück habe ich den Radius erhöht von dem Ding Ich brauche auf jeden Fall diesen Nuklearschlag gegen den Rhino da oben Ich nenne die einfach Rhino, ist mir egal Wo war der Schacht? Der war... ja, der Schacht ist nicht mehr da Und da hinten spawn rein, weil jetzt ein Gegner Gut, ich muss eine Etage nach oben, wo geht sie weiter? Komm her Du bist mir scheißegal, wo ist der Rhino mit seiner Minigand Ich nenne die einfach Rhino, die fetten Typen So, NEIN So wie ich mein Glück kennen werde ich jetzt eh vom Zug überfahren Alter, nerv nicht Und das beste ist, hau ich schlage ich nur einmal mit Viereck zu Ist alles für die Katz gewesen Rauch, 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 Rauch Das ist die einzigste Kampftaktik, die ich haben kann hier in diesem Spiel Granaten werfen und sie überwältigen Und jetzt Weichn die aus, so wie ich das Spiel kann Joosh Okay, der Rhino und der andere sind Matsch Die Seite des MOC ist Schrott Die Seite des MOC 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 Also der Klettermodus ist nicht mal verwendbar, der ist einfach nur grauenhaft. Vorausgesetzt, man darf das... Das kann man doch nicht mal Klettermodus nennen, was die hier haben... Die Seite des MOC 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 Upsi, du bist Fischfutter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich gucke halt immer, dass ich nur die grünen mache, weil die anderen waren bestimmt auch interessant. Aber... Geht sonst noch wer was zum Beispiel? Okay, dann mach das jetzt fertig. Dafür sollte man mir Geld geben. Okay, die Kreativität der Entwickler, die ist echt lobenswert. Aber Gott kackt einfach auf diese Kamera und fertig ist. Die Kamera gelb machen. Alter, hier ist ein Drohnenpark, Junge. Ja, komm. Einfach einmal durch da. Boah, leck mich. Bum, 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 bum. Voll erwischt. Das kitzelt. Ein Upgrade haben wir noch. Können wir noch machen. Das benötigt. Warte. Also, wir haben noch hier vier Schermen benötigt. Ach so, die Asche. Die verwenden wir ja gar nicht. ok karma stufe 3 streit also spannen wir als nächstes auf das ja da können wir noch ein paar leute befreien das gibt immer ein bisschen kam ich finde es von cool dass du spielst so viel mit der mit dem touchpad interaktiert diese typen sind ganz verrückt nach mir oh goddammit wie groß ist eigentlich die zon hier wo ist eigentlich unsere mission wir könnten auch erst alle mocs kaputt machen mobile operation center versteckte kamera da ist Das ist die Akte, Akte 2040. Ach, sie schwebt dir wohl? Kann auch sein, dass sie unter uns ist. Ups, da gehört das Ding mir. Wackert das Tread? Okay, hier hinten ist ein Markt. Kann ich hier hochklettern? Kann ich hier nirgends. Aber der Klettermodus ist reiner Müll. Und da piepst auch schon unsere Uhr. Ja, danke kleiner. Hä? W-w-w-w-w-w? Wieso? Ach cool, nutzt das Bond-Pendus hier schon fest. Ach, deswegen dann hier so viel. Das sind ja immer 3-4 Scherben, wenn so ein Ding explodiert. Von den Scherben können wir die Energie entziehen. Okay, in der nächsten Folge, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ach, obwohl es 2 Upgrades sind. Da. Das wäre verfügbar und das so ein... Ne, das nicht. 2 Upgrades? Please, what? Ach so, die Kette. Das Besiegen eines sich ergebenden oder hustenden Feindes 3 stellt ein Teil ihrer Gesundheit wieder her. Ach, das brauche ich. Gutes Karma Stufe 3. Sprint besiegen. Sprinten Sie Kreise auf einen sich ergebenden oder husten? Nimm ihn zu und drücken Sie 3, um ihn zu besiegen. Hier will ich echt nicht so viel. Ah. Das Einzige, was ich bloß gedanklich habe, ist... Man stelle es sich vor, wir werden jetzt ein Held. Wir hätten die ganze Stadt befreit. Aber was dann? Du wirst nicht mehr benötigt. Schießt ja irgendwas. Ja, ich feiere den Vogel gerade, weil der ist so genial. Ah. Dann mal ist das Ding, was ich brauche. Alter, leck mich fett. Kaum Regeneration. Das werden ja immer mehr. Feuer. Ja, ich bin's zu. Ich gucke dich. Ich gucke mich. Ich gucke mich. Abauufen mich einfach. Ja. Ich gucke mich. die kette will ich nicht so verwenden das habe ich gedacht ich dachte ich kann den jetzt wirklich nur beim gebäude zu 30 prozent hinten ist noch die akte akte 2017 ja ich voll erwischt das problem ist so langsam fange ich an das spiel zu mögen böses karma bin ich ich will schon bald nicht nur was ich level soll ich brauche da kam ja ja ist das kaputt oder ja da oben liegt wieder eins das kaputt ja wow laden wir uns nochmal auf ok wir brauchen jetzt sechs schärfen hmm die mission dem licht auf ja ja wusste ich sogar man muss die ganzen db zentralen zerstören ja ja ich kann auch zivilisten damit nicht mehr ok ja 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 jetzt kann ich euch sehen ja jetzt doch alles nur aus schnipern oder ja ja Luftschacht. Da. Jetzt ist alles so voll mit Schneifern. Ja. Ich sehe nicht, züge jemanden! Stopp! Zielgesicht mit! Wo ist das Steinmetz? Oh, weißt du was? Ich mach das jetzt einfach mal! So... Nice! Wieder einmal, wenn ich die Kamera klang! Yippee! Mach mal's kaputt! Und bumm! Wie immer die Hoffnung hat, dass das nur einmal klein explodiert! Hier! Tut mir echt leid, DUP. Ich bin hier drüben, Hilfe! Wirklich nicht. Wirklich nicht. Bitte legen Sie Ihren Finger auf den Weg. Gerne. Du bist gearbeitet. Warnung! Bioterrorist! Das war's für heute. Das war mal ne ungewollt geile Kombi. Stimmt, wir sind ja immer noch in der Überlänge, ne? Ja, verdammt, ich muss auch es machen. Bis zum nächsten Mal, euer Skala. Ciao.